Meine Feinkarte! Schläger ins Gesicht! Hahaha! Beste Fall! Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Die Figuren und Geschehnisse in dieser... Das kann kein Mensch so schnell lesen, das ist genau wie im Fernsehen, Mann! Wenn das immer noch im Fernsehen so ist, ich weiß nicht, guck schon ewig kein Fernsehen mehr. Mann! Die Scheiße ist hier richtig am Dampfen! Die Scheiße wird Beine wachsen und sie wird Kniebeugen machen! Ganz interessant, was solche Haufen heutzutage können! Oh, oh, oh! Willst jetzt herzlich euren Prinzen! Mr. Vitamin D ist passiert! Mr. Vitamin D, man kennt ihn! Er kommt vom Planeten Vegeta und heißt Mr. Vitamin D! Nämlich Vegeta! Hahaha! Oh nein! Hi, ich bin vegan! Ich bin vegan! Oh nein! Haha! Jetzt geht's los, Alter! Also, ich hab bis zu den Gefängnisfolgen, ich glaube Staffel 3, bis fast Ende Staffel 3 oder Anfang Staffel 4 geschaut, aber ich hatte halt dann keinen Bock mehr auf War King Dead, weil die haben vollkommen die Zombies vergessen, so als ob, ach, Zombies gibt's hier nicht! Lass uns mal gegeneinander kämpfen! Ah, war mir dann zu blöd! Außer hab ich dann vierte War King Dead entdeckt und das war viel geiler! So, so, so! Hier haben wir wohl ein paar Unterklassen-Anime-Arschbacken! Die guten Nacht! Das ist sogar Ash, Alter! Oh nein! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Okay! Oh, oh! Oh, oh! Oh ja, das ist ein geiles Lied. Oh, voll ins Face, Alter. Ich glaube, er mag das doch. Oh, nicht mehr. Das ist doch scheiße. Mr. Sklavenmeister. Ja, gut, er hat ja recht. Ich bin ein Pokémon-Meister. Mr. Seymour, scheißt du Pokémon-Unterdrücker. Pokémon-Unterdrücker. Ich glaube, der gehört zu dem Bösen Team Rocket. Nee, Team Rocket klauen ja Pokémon. Kam ja irgendwann. Oh, welches Spiel war denn das, wo die Leute kamen, die die Pokémon befreien wollen von der Menschheit? Ich will nur der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Weiß ich nicht. Na, nicht nur du, Ashyboy. Ashyboy. Oh, er fängt Ashy. Oh nein, er hat erst gefangen. Na gut, Face-Fall-Mittlung. Oh, gefallen. Ich bin ein Ninja und Ninjas werden niemals von Schlägern getroffen. Außerdem habe ich Striche auf meinen Wangen, die meine sexuelle Ausdauer erhöhen. Das ist eine ganz interessante Serie. Ich glaube, ich muss sie doch mal gucken. Das ist für die Situation irrelevant. Doch der Punkt ist, ich werde nicht weglaufen und mich nicht an meine Worte halten. Denn das ist mein Weg des Shinobi. Okay. Ja, vor allem, er steht mit dem Rücken da und frisst es mit der Schnauze. Oh, starke Mundbewegung, Alter. Ich glaub's nicht echt jetzt. Er hat die beste Mundkontrolle der Welt. Also, wenn der nicht mehr lebt, ist es tot. Zeit für ein Duell. Oh. Du bist also der, der mit dem Weiberkram spielt. Weiberkram? Was? Hast du einen Schinken auf den Augen? Hier gibt es nichts Weibliches an Exodia, die Verbotenen. Okay. Und jetzt? Hast mich wohl am Arsch. Oh. So sieht's aus, vegan. Vegan. Oh, Mann. Und jetzt werde ich deine Saiyajin-Punkte direkt angreifen. Saiyajin-Punkte direkt angreifen. Alter, das ist gut. Nicht zu schnell. Oh. Ich aktiviere meine Feinkarte. Schläger ins Gesicht. Beste Feinkarte ever. Warum gibt's die bei Yu-Gi-Oh! nicht, Mann? Schläger ins Gesicht. Das ist die gute Fallenkarte, die will ich... Was? Nein! Au, 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 au. Boah, Junge, das hat ja Lebenspunkte gekostet. Alter, die Fallenkarte ist das Besteste. Das ist die legendärste, epische Fallenkarte, die es gibt. Lecker. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und warum denkst du, ich würde einen gemein schwingenden Schläger-Arsch wie dich ranlassen? Deswegen... Deswegen... Ohoho. Oh. Das war wohl zu viel. Scheiße. Da hast du es wohl nicht in die Kriege jetzt, Alter. Das war ein bisschen zu übertrieben. Ohoho. Ohoho. Wenn du noch... Wie sie einfach alle Angst vor Willen haben. Einmal Oh sagst. Heißt das, dass du gerne Namekiana-Arschwasser trinkst? Wer kennt es nicht? Das namigianische Arschwasser. Es kommt direkt aus der Hose. Nachdem es aus der Ritze getroppt ist. Widerliches Mewtwo. Ah, verstehe. Das erklärt einiges. Mewtwo, oh nein. Was wird das hier? Mödergeil. Endlich bin ich dran. Da freut sich, dass er dran ist. Na da. Na ja, gut, das ist so ein Kuckuck. Was will man da warten? Wer das schon aus? Gib dein bestes, Vegeta. Du bist auch ein Schlungengesicht, Kakarot. Ich kann mich eben nur kurz noch etwas aufschieben. Das ist so geil. Guter Schlag, Vegeta. Ich hab dich unterschätzt. Aber deine Technik ist etwas von Poppers. Der ist einfach schon tot. Das ging aber schon. Hä, wie kommt der so schnell? Ach, du hast ja mal eine momentane Teleportation. Die kann ich aber einsetzen. Ach ja, und Meister Kajor sagt Halle. Hä, voll dumm. Das bringt doch nichts. Hey, du. Er bringt sich halt einfach selber um. Da ist es doch wieder bei Goku. Wurm, noch nicht ab. Es war richtig, richtig geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ich nicht getan habe, abonnieren. Diesmal verabschieden mich und bin damit aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.